Was? Noch ein Gegner? Mann, ich hab doch noch an dem Bad Wulf zu essen. Was, eine Gegnerin? Ja, die mach ich fertig. Einen tierischen Gegner gibt's wohl im BWK im Überfluss. Erst war's der Wolf, jetzt heißt Kuh gegen ne Hühnerbrust. Und ersetzt wahre Kuh gegen ausrauschbare Frau. Die man allerhöchstes Mal für manche Saugaufgaben braucht. Du Bitch bist für mich nur eine Putzfrau, mehr nicht. Bist nicht gut in einem Job, da dein Flow zu unsauber ist. Deshalb willst du keinen Punkt für deinen Flow kriegen. Denn nichts an deinem schlechten Rap ist auch nur andersweise Note 7. Geh lieber an den Herd, du bist den Teufels Küche. Nach nem Tritt von mir brauchst du eine neue Hüfte und neue Brüste. Für den Rap, den du machst, willst du in manchen Ländern Klatsche kriegen. Oder in China auch mal abbetrieben. Ja, denn nur als du zu leben, ist noch härter als mein Diss. Hätt dein Vater besser mal auf eine Herdplatte gewichst. Ey, ich komm ins BWK und es gibt tausend Tote. Nun sagt Blobby bei zur Frauenquote. Leute wollen keine Bitch, Bitch, Bitch. Nein, die Leute wollen Milch, Milch, Milch. Und die Leute wollen Käse, Käse, Käse. Sie wollen alle was von mir, ich geb Fick auf das Gerede. Und die Leute wollen Milch, Milch, Milch. Nein, sie wollen keine Bitch, Bitch, Bitch. Und die Leute wollen Käse, Käse, Käse. Sie wollen alle was von mir, ich geb nen Fick auf deren Leben. Muuu. Ich mach weiter, auch wenn ich keine Macht mehr schreiben müsste. Wenn ich sage, kommt der Tod über dich, mein ich nicht das Tragen, deine Mütze. Ich bring dich nicht nur textlich um von Bitches. Mit dir kann ich ein Lied singen, wie du von sexueller Belästigung. Und diese Leitgriff ist entsetzt, wie wird den Indien verehrt? Wer ist den Indien nicht wert? Ich hab teure Nasenringe, du schraut Fluka in der Fresse. Widerlich, ich würd dir gern den Unterkiefer brechen. Die Teenie Bitch gekillt, als wäre Jackie die Mörderpuppe. Das, was du bringst, sind nicht mal Frontversuche. Das klingt eher nach nem Musikprojekt der Sonderschule. Dein Rap liegt nach Sprechen, Lernen in der Fördergruppe. Du dumme Kuh, ich Kuh, wir sind uns ziemlich ähnlich. Du willst auf mein Level, doch du spendest halt zu wenig. Ich lache über dich, obwohl dein Shit nicht komisch ist. Meine Eugner sind der Grund, dass du keinen Tittenbonus kriegst. Was jetzt von dir übrig ist, ist das, was Nächster bekommt. Diese Zerfickung so brutal, sie gehört auf bestgold.com. Hallo Aline! Die Kuh wird dich mit Patz zerpersten. Du fährst nach Österreich, doch wirst niemals Schamane werden. Ich find es auch sehr schade, doch nach einem Saufgelage kannst du dir auch ohne Magie noch eine Karte klären. Und es trifft nicht, wenn man deine Battles erwähnt, weil du dich offensichtlich selbst dafür schämst. Featuren wie der Type, ist egal, weil du in dieser Runde fliegst. Aber trotzdem bist du cool und ich feier deine Hope für ihn. und ich bin dagegen, wenn du dirw